Das war der Eingang zum Haus oder zum Garten? Das war alles Garten hier gewesen. Das war der Eingang zum Haus. 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 Und das war der Eingang zum Haus. Das war der Eingang zum Haus. Das war der Eingang zum Haus. Und das war der Eingang zum Haus. Und sie schickte mir jedes Jahr im Herbst 4 bis 6 Äpfel von Himbau. Und sie sahen aus dem Haus. Und sie sahen aus dem Haus. Und sie sahen aus dem Haus. Hallo, Herr Frankenstein. Das ist aber schön. Wir sehen uns hier am Montag. Wir haben hier gerade Garten-Einsatz gehabt. Hallo, Erika. Erika, weißt du, was ich mitgebracht habe? Ja. Ich habe das Auerbach-Album mitgebracht. Oh, das ist ja toll. Und da kannst du sehen wie ich früher noch war. Das habe ich gehofft. Die Eingang zum Haus. Das war damals. Nachher zu ver teamwork. Die Eingang zu besuchen, dass sich die Eingang zu verbreiten. Die Eingang zu erbieren. Sie haben die Eingang zu verbreiten. Wir haben unsere Bebest packen. Das war die Eingang zu verbreiten. Es war die Eingang zu verbreiten. Es ist so, dass wir haben das Glück gehabt, 101 Mal. Andere haben 100 Mal Glück gehabt und das 101 Mal haben sie Pech gehabt. Und deswegen konnte sie nicht erzählen von der Zeit, die sie erlebt haben, weil sie ein Tod. Nachher haben wir in Europa 80 Jahre zu Lila Bedolach. Mit der Zeit, in der Zeit, in der Welt, die sie überwältigte, die die Natsi-Marschinen veröffentlicht haben, und sie erinneren, dass sie so sehr sicherlich sind. Kämmerlich, dass sie nicht so gut sind. Wenn man heute darüber nachdenkt, dann kommt es mir selbst ein bisschen unvergleich vor, dass ich das Vater das erlebt habe. Untertitelung des ZDF, 2020